In meiner Welt nennt man mich Jazzy, die Alpha Female Gale. Ich bin Deutschlands erfolgreichste Wrestlerin. Und in meiner Welt ist die Matte heilig. In meinem Ring wird sich Ehre und Respekt hart erarbeitet. Das sind zwei Wörter, Michaela, mit denen du nicht sehr vertraut wirst. Du hättest die Einladung zur GWP in Schwabach am 12. Mai besser nicht annehmen sollen. Eins kann ich dir versprechen, Michaela Schäfer. Du bist Blut, Schweiß und Tränen in meinen Ring vergießen. Das die GWP in Schwabach am 12. Mai der lang in Erinnerung halten. Denn ich werde dir zeigen, warum mich die Leute die Alpha Female nennen.